Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer von Jungle Drum Radio und herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview. Worum geht es diesmal? Na, um eine ganze Reihe spannender Themen, wie aktuell zum Beispiel das Ergebnis des griechischen Referendums. Also stellen sich Fragen wie, was wird nun aus den Griechen werden? Oder was geschieht gerade auf den Straßen Lateinamerikas? Und warum regnet es eigentlich schon seit Monaten? Banker von Hochhausdächern und Flugzeuge vom Himmel. Ja, wie die meisten von euch bemerkt haben werden, kommen gerade ein paar ziemlich große Dinge auf diesem Planeten in Gang. Die Weltordnung, die ändert sich und es sieht ganz so aus, als ob die Weltmacht gerade die Seiten wechselt und in Richtung Osten wandert. Eine spannende Zeit also, durch die wir euch auch gerne informativ begleiten werden. Und dies ist jetzt so eine Gelegenheit, denn wir haben einen sehr interessanten Interviewpartner zu Gast. Nämlich den Autor und Journalisten Ernst Wolff, der erst kürzlich für Aufsehen gesorgt hat, mit seinem Buch IWF – Chronik eines Raubzuges. Herr Wolff, wir freuen uns, dass Sie da sind. Ich freue mich, da zu sein, ja. Dann gehen wir doch gleich mal in Medias Res und beginnen mit dem Hauptthema. Das ist in diesen Tagen ganz eindeutig das Referendum in Griechenland. Das Ergebnis steht inzwischen sogar bereits fest. Nämlich 61,3 Prozent der Griechen haben kein Interesse daran, weiterhin den Schuldendienst zu bedienen. Was bedeutet das aus Ihrer Sicht denn nun konkret? Wie wird es jetzt nun weitergehen? Ja, ich glaube, dass Griechenland vor einer ganz, ganz schwierigen Zeit steht. Weil dieses Referendum ist zwar ein demokratisch durchgeführter Akt, aber er führt auch ein bisschen in die Irre. Weil er suggeriert, dass das griechische Volk noch ein Mitspracherecht bei seinem eigenen Schicksal hat. Das hat es allerdings nicht mehr. Das griechische Volk und das Land Griechenland steht seit 2010 unter der Zwangsverwaltung der Troika aus EZB, EU und IWF. Und alle Entscheidungen müssen von diesen drei Institutionen abgesegnet werden. Und es ist ganz egal, was gestern entschieden wurde. Natürlich ist es, es war auch damit zu rechnen, dass die große Mehrheit der Griechen sich gegen die Austerität ausspricht. Aber all das wird keinen Einfluss haben auf das, was jetzt weiterhin passiert. Und der Rücktritt von Yannis Varoufakis zeigt auch mehr oder weniger nur die Ratlosigkeit der Konstellation, aber gleichzeitig auch die wahren Machtstrukturen. Weil Yannis Varoufakis war den Institutionen, so wie die Troika ja heute genannt wird, ein Dorn im Auge. Und der musste erstmal weg. Und jetzt wird der Nächste kommen. Aber der wird auch nur nachgeben können gegenüber den Vorgaben der Troika. Und die Troika wird in dieser Woche die Banken in Griechenland nicht aufmachen lassen. Es wird mit sehr großer Sicherheit einen Bail-in geben. Das heißt, die Konten von Anlegern, von Sparern und das Geld von Aktionären wird konfisziert werden und dazu benutzt werden, um die Schulden Griechenlands zumindest teilweise zu decken. Also Griechenland hat ein Bankensystem, was eigentlich klinisch tot ist. Das wird seit Wochen nur noch am Leben erhalten durch ELA-Krendite, also Emergency Liquidity Assistance-Kredite. Und diese belaufen sich inzwischen auf ungefähr 100 Milliarden Euro. Und um diese wieder zurückzuholen, werden die Institutionen garantiert anordnen, dass man einen Bail-in durchführt. Und das Zweite ist, dass in Griechenland mit großer Sicherheit eine Parallelwährung eingeführt wird. Und das wird für das Volk, für die ärmeren Schichten und die arbeitenden Leute in Griechenland von verheerender Konsequenz sein. Und das wird bedeuten, dass entweder die Drachme oder sogenannte Schuldscheine eingeführt werden. Die werden eins zu eins gegen den Euro berechnet, aber werden nur noch 70 Prozent oder 50 Prozent oder vielleicht sogar weniger des Wertes eines Euros betragen. Das heißt, die Kaufkraft der einfachen Leute wird drastisch beschnitten werden. Das sind die Maßnahmen, die jetzt als nächstes anstehen. Und meine Vermutung ist, dass die Regierung Syriza die nächsten 14 Tage oder die nächsten vier Wochen nicht überleben wird. Meine ganz große Befürchtung ist, dass es zu Aufständen kommen wird und dass dann das Militär eingreifen wird. Und dass wir dann das Gleiche erleben werden, was wir 1967 schon erlebt haben, als eine Militärdiktatur errichtet wurde. Nun kommt Griechenland also zu Discounterpreisen unter den Hammer, kann man sagen. Wie sieht denn das aus? Die Griechen haben ja zum Beispiel auch Ölvorkommen in der Ägäis. Die haben auch Explorationsfirmen. Wird das jetzt alles billig verschachert oder können die Griechen sich wenigstens diese Zukunftsoption noch bewahren? Nein, nein, die können sie sich auf keinen Fall bewahren. Also das wird garantiert alles im Rahmen der nächsten Privatisierungswelle an große Konzerne gehen. Genauso wie es auch auf Zypern passiert ist. Also Zypern hat auch große Ölvorkommen im Mittelmeer. Und das ist alles an große internationale Konzerne und an riesige internationale Investoren gegangen. Und das wird in Griechenland nicht anders sein. Wenn Griechenland jetzt aber weder Spanken noch Spekulanten bedienen muss, weil sie einfach sagen, wir zahlen nicht mehr, dann wird das doch wieder für Russland und China interessant, dort mit Geld zu helfen. Also das ist das große Problem. Also wenn wir jetzt mal nach China gucken, ist das große Problem, dass die chinesische Wirtschaft in einer riesigen Krise steckt. Also die Aktienmärkte sind alleine in der letzten Woche um 30 Prozent eingebrochen. Also China ist im Moment selbst mit größten Problemen behaftet. Das gleiche gilt für Russland. Also Russland ist im Moment durch die Sanktionen seitens der USA und der EU in großen finanziellen Schwierigkeiten auch. Die können nicht so einfach helfen im Moment. Natürlich wären sie daran interessiert. Also gerade Griechenland ist geostrategisch von großem Interesse. Und ich meine, die werden vielleicht gewisse Zugeständnisse machen. Aber das wird das Problem nicht lösen, weil die griechischen Schulden sind so immens. Und es gibt ja eine tickende Zeitbombe im Hintergrund. Also die griechischen Schulden belaufen sich derzeit auf 340 Milliarden. Aber diese 340 Milliarden sind am Markt der Derivate rückversichert. Und diese Kreditausfallversicherungen im Hintergrund belaufen sich laut Informationen der Bank für internationale Zusammenarbeit und laut amerikanischen Investoren, die sich da auskennen, auf Summen zwischen 3 und 5 Billionen. Das heißt, wenn Griechenland den Staatsbankrott erklären würde, dann würde das sofort zum Zusammenbruch amerikanischer Großbanken und auch zum Zusammenbruch der Deutschen Bank führen. Weil die Deutsche Bank ist im Derivategeschäft ganz groß mit drin. Dazu noch ein interessantes Detail am Rande. Die Wahlen oder das Referendum, das wurde ausgezählt von der Firma KKR. Und diese wiederum hat in ihrem Vorstand einen gewissen General Petraeus, der ehemalige CIA-Chef, und ist in Verbindung mit der Marvin Investment Group, die wiederum zu Goldman Sachs gehört. Also Petraeus ist im Grunde der Angelpunkt zwischen der KKR und der Goldman Sachs. Die haben letztes Jahr die Wahlen in Griechenland noch nicht betreut. Das war vor Singular Logic. Und erst als abzusehen war, dass Zypras mit Sicherheit der nächste Ministerpräsident werden würde, wurde diese Firma Singular Logic dann eben von der KKR aufgekauft. Und die bedienen seither die griechischen Wahlen. Das mal so am Rande. Ja, das ist so richtig. Jetzt mal ein weiteres Stichwort Bargeldverbot, Bargeldabschaffung. Warum, wann und wie? Das ist ja ein weites Feld. Ja, die Bargeldabschaffung wird im Moment international überall betrieben. Weil ich meine, alles auf der Welt läuft über Schulden. Und um diese Schulden weiter zu finanzieren, wird überall Geld gedruckt. Und es werden gleichzeitig die Zinssätze immer weiter reduziert. Also in einigen Ländern wird ihnen im Moment Geld abgezogen, wenn sie Geld auf dem Konto haben. Und das hat dazu geführt, dass unendlich viele Leute ihr Geld aus ihren Konten abziehen und das zu Hause irgendwo bunkern. Und um Zugriff zu diesem Geld zu bekommen, wird die Abschaffung des Bargeldes erwogen. Und die ist ja teilweise schon eingeführt worden. Also in Griechenland, glaube ich, kann man keine Rechnung über 700 mehr mit Bargeld begleichen. Und in Deutschland gibt es Pläne, ab 3000 den Einsatz von Bargeld zu begrenzen. Aber das alles hat mit der unglaublichen Verschuldung zur Zeit zu tun und damit zu tun, dass die nächste Bankenrettung, die erfolgen wird, nicht so sein wird wie die letzte. Die letzte Bankenrettung 2008 war so, dass die Staaten eingesprungen sind und die Banken gerettet haben. Die nächste, das war ein Bail-out. Die nächste Bankenrettung wird ein Bail-in sein. Das heißt, dass Kleinanleger, Sparer und Aktionäre zur Kasse gebeten werden. Und um das durchzuführen, ist ein Bargeldverbot natürlich aus Sicht der Banken und der Hochfinanz sehr, sehr angesagt. Man möchte ja eigentlich meinen, dass die Polizei vor allen Dingen jetzt in Griechenland Präsenz zeigt, weil ja dort Unruhen zu erwarten sind. Tatsächlich aber rüsten sie auch in Frankreich auf, auch militärisch, zum Beispiel jetzt nach den Attentaten auf Charlie Hebdo oder diese Gasfirma Airprodukt. Und hier in Deutschland sieht man auch immer öfter Polizeibeamte mit Maschinenpistolen herumlaufen und schusssicheren Westen. Das ist also eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass jemand Angst hat, wenn er aufrüstet. Wer hat hier Angst vor wem? Ja, da kann ich Ihnen sagen, das kann ich Ihnen sagen. Das ist das 1% hat Angst vor den 99%. Weil wir erleben im Moment den Niedergang des Finanzsystems. Es wird zu ungeheuren Zusammenbrüchen kommen. Es werden Großbanken zusammenbrechen. Es werden Hedgefonds zusammenbrechen. Und es wird dazu führen, dass die Banken auch in anderen Ländern geschlossen werden. Ich meine, die Wirtschaft und die Finanzwirtschaft in Frankreich ist sehr marode. In Italien, in Spanien das Gleiche. In Portugal auch das Gleiche. Irland wissen wir es in großen Gefahren. Es wird also zu gewaltigen Zusammenbrüchen kommen. Und irgendwann wird das gesamte Finanzsystem selbst zusammenklappen. Und dann wird absolutes Chaos herrschen. Und um dieses Chaos zu beherrschen, werden im Moment alle Polizeikräfte der Welt militarisiert. Es wird immer mehr auf militärische Interventionen auch im zivilen Bereich gesetzt. Und es wird allenthalben aufgerüstet. Also diese Erwartung des Nahenden Crashs, die nehme ich aber nicht nur ängstlich wahr, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, die Leute erwarten auch dieses reinigende Gewitter. Jetzt in den letzten Tagen war es so heiß, die Leute haben nach einem Gewitterregen regelrecht gegiert. Könnte man das vielleicht so vergleichen, dass man sagt, gut, das wird zwar turbulent werden, aber dann können wir endlich mal einen Neuanfang starten und mit diesem bisherigen Schwachsinn aufhören. Na klar, jeder wünscht sich diesen Neuanfang. Nur das Problem ist, dass jemand, der, also wenn Großmächte oder große finanzielle Einheiten, wenn die vor die Hunde gehen, die kämpfen bis zum letzten Blutstropfen, kämpfen die um ihr Überleben. Und die internationale Finanzelite wird ihre Vormachtstellung, also ihre ungeheuren Reichtümer nicht einfach so abgeben. Also da kann man damit rechnen, dass die mit allen Mitteln dagegen kämpfen werden, wenn das ihnen etwas weggenommen wird. Und die Krise wird dazu führen, dass riesige Vermögen vernichtet werden. Aber man braucht bloß zurücksehen. Ich meine, der Zweite Weltkrieg war auch das Ergebnis einer riesigen Finanzkrise. Und im Moment wird auch militärisch überall aufgerüstet. Die Amerikaner bereiten einen Krieg gegen China und Russland vor. In der Ukraine herrscht ein Bürgerkrieg. Es brennt an allen Ecken und Enden. Und es gibt ja ein Buch zurzeit, was auf dem Markt recht erfolgreich sich verkauft. Das heißt, der Crash ist die Lösung. Ich bin absolut nicht der Meinung, dass das der Fall ist. Ich meine, der Crash wird kommen, aber er wird nicht einfach die Lösung präsentieren, sondern er wird unendliches menschliches Leid präsentieren. Es wird zu Hungersnöten kommen. Es wird zu riesigen Versorgungsengpässen kommen. Und die Zukunft der Menschheit ist natürlich durch das Arsenal an Atomwaffen, was zur Verfügung steht, wirklich gefährdet im Moment. Man muss sagen, wir leben in einer überaus dramatischen Zeit. Derzeit sind ja auch Unruhen in vielen lateinamerikanischen Ländern zu verzeichnen. Chile, Venezuela, Brasilien, Ecuador. Allein im letzten Monat sind die dort losgegangen, die Unruhen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das alles gesteuert ist. Es gibt da durchaus auch Bürgerrechtler, die zu Recht auf die Straße gehen. Aber in Mazedonien und Armenien sehen wir, da steckt der Arm von Oppor dahinter. Das sind also gesteuerte Demonstrationen, so wie schon auf dem Maidan. Bald wird vielleicht schon in Moldawien das nächste Feuer losgehen. Wer steckt da eigentlich hinter und was ist der Zweck dieser Unruhen? Da können Sie ziemlich sicher sein, dass da die USA dahinter stecken. Weil die USA versuchen da alles, um diese Länder zu destabilisieren, um diese Länder unter den eigenen Einfluss zu bringen. Dazu wird dann der IWF auch eingesetzt, der diese Länder dann mit Krediten wieder stützt. Kredite, die dann sofort auch meistens in die militärische Aufrüstung dieser Länder hineinfließen. Und das Ganze ist eine Drohkulisse, die gegen Russland aufgebaut wird. Weil die Hauptziele der USA sind im Moment China und Russland. Weil das Einzige, was die USA im Moment von der Krise eigentlich am schlimmsten betroffen sind, und wenn es zum Zusammenbruch kommt, wird der Dollar zusammenbrechen und die USA werden auf den Status einer Bananenrepublik zurückgeworfen. Um all das zu verhindern, versuchen die Amerikaner überall jetzt mit militärischen Mitteln einzugreifen. Und sie haben ja gezeigt, dass sie mit jedem zusammenarbeiten. Das haben sie ja auch in Syrien gezeigt, wo sie also die Anfänge der ISIS mit unterstützt haben. Also die Amerikaner haben überhaupt keine Hemmungen, irgendjemanden auf der Welt zu unterstützen, der ihnen für eine gewisse Zeit nützt. Wenn sie dann Pech haben, dann entwickelt dieser Gegner dann ein Eigenleben, so wie früher Bin Laden und jetzt in letzter Zeit die ISIS, und kämpft dann gegen die USA. Aber die haben überhaupt keine moralischen Hemmungen. Und wie gesagt, die Hauptziele sind China und Russland. Weil wenn die Amerikaner in Russland ein System errichten könnten, wie unter Yatsenyuk in der Ukraine, dann wäre der Zusammenbruch des Weltfinanzsystems noch um einige Jahre hinaus gezögert. Und darauf hoffen die großen Investoren in den USA. Darauf hoffen sich ja auch eine Menge Banker. Und in dem Zusammenhang fällt auf, dass im letzten Jahr gut 50 bis 60 Banker aus Managerkreisen verfrüht den Tod gefunden haben. Natürlich alles Selbstmord, unglückliche Unfälle. Aber was steckt wirklich dahinter? Das sieht so aus, als würden da Zeugen beseitigt. Das ist alles im Bereich des Möglichen. Also ich kenne jetzt die Einzelheiten dieser Fälle nicht und will mich daran keine Verschwörungstheorien beteiligen. Aber es fällt schon auf, dass es da eine gewisse Häufung von solchen Vorfällen gibt. Und man weiß ja aus der Vergangenheit, da braucht man ja bloß die Geschichte des Geldes sich mal anzusehen, dass da immer sehr viel Blut geflossen ist, wenn es darum ging, also große Vermögen zu schützen und vor allen Dingen auch Volksaufstände zu verhindern. Ich glaube wirklich, dass wir am Anfang einer Periode von Revolutionen, Aufständen und leider auch von Kriegen leben. Ja, ja. Da ist vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass im letzten Jahr schon vier Flugzeuge abgestürzt sind. Ich will das mal kurz auflisten. Am 8. März 2014 verschwand MH370. MH17 folgte dann am 17. Juli desselben Jahres. Am 24. Juli 2014 stürzte dann der Flug AH50-17 von Air Algerie in Mali ab. Und zuletzt hatten wir dann German Wings, das Unglück am 24. März dieses Jahres. Normalerweise hatten wir früher einen Absturz alle zehn Jahre. Inzwischen haben wir einen Absturz pro Quartal. Sehen Sie da irgendwelche Zusammenhänge mit den derzeitigen Entwicklungen? Ja, auf jeden Fall. Also ich bin jetzt wiederum kein Verschwörungstheoretiker, der jetzt glaubt, dass die also absichtlich zum Absturz gebracht wurden. Aber man muss sich einfach nur sehen, wie durch die Finanzkrise in den letzten 15 Jahren sich die Sicherheitssituation an Arbeitsplätzen entwickelt hat. Also die Sicherheitsstandards sind überall heruntergeschraubt worden. Und das gilt natürlich auch für das Luftfahrtwesen. Also ich habe mit einigen Piloten gesprochen und die haben ja alle bestätigt, dass die Sicherheitsstandards in der Luftfahrt heute wesentlich geringer sind als früher. Und das führt natürlich dazu, dass Unfälle häufiger auftauchen. Es ist ja so, dass heute die Welt, also die Realwirtschaft nur noch von anonymen Investoren geleitet wird und gelenkt wird, die im Hintergrund sitzen und einfach nur Rendite haben wollen. Und die ausführenden Organe, die Manager in der Industrie, die müssen einfach nur dafür sorgen, dass an allen Ecken und Enden gespart wird, dass Niedriglöhne eingeführt werden. Also wenn Sie sehen, die Untergesellschaften, die von der Lufthansa und von anderen Fluggesellschaften eingerichtet wurden, da werden die Piloten ja wesentlich geringer bezahlt, da wird das Personal wesentlich geringer bezahlt. Und da können Sie auch damit rechnen, dass bei den Sicherheitsstandards gespart wird. Und diese Einsparungen bei den Sicherheitsstandards führen dazu, dass es eine größere Gefährdung der Luftfahrt gibt. Und ich denke, das ist eine mögliche Erklärung. Ich weiß nicht, ob es die richtige Erklärung ist, aber das würde jedenfalls in das Gesamtbild der wirtschaftlichen und der finanzwirtschaftlichen Entwicklung gut reinpassen. Zumindest ist es ja so, dass diese bisherigen Fluggesellschaften billige Konkurrenz bekommen haben über Ryanair und andere. Und dadurch sind ja natürlich auch gezwungen, ihre Standards zu vernachlässigen. Allerdings, letztlich ist ja das Kernproblem hier dieser Wachstumszwang. Alles muss wachsen. Wenn die Firmen nicht immer höhere Gewinne einfahren oder höhere Umsätze, niedrigere Löhne, höhere Produktzahlen, dann können sie über kurz oder lang zumachen. Vielleicht können Sie nochmal unseren Hörern genauer verdeutlichen, was für ein Wahnsinn eigentlich sich hinter diesem Gedanken verbirgt. Also dieser Wachstumszwang nimmt von Jahr zu Jahr weiter zu. Und zwar deswegen, weil die gesamte Weltwirtschaft im Moment nur noch auf Schulden basiert. Also es ist so, dass durch die Deregulierung des Finanzsystems den Investoren Gelegenheit gegeben worden ist, viel mehr Geld zu investieren, als sie selbst besitzen. Also da gibt es zum Beispiel die Leerverkäufe. Die Leerverkäufe waren früher verboten. Die sind heute erlaubt, allerdings mit kleinen Einschränkungen seit der Krise von 2008. Der Leerverkauf bedeutet, dass ich als Investor auch dann verdienen kann, wenn irgendein Unternehmen im Abstieg begriffen ist, weil Leerverkauf bedeutet, ich verkaufe heute etwas und ich kaufe es erst später. Das heißt, wenn ich weiß, dass irgendein Unternehmen im Sinkflug sich befindet, dann verkaufe ich deren Aktien heute und kaufe sie dann, wenn sie 10% weniger wert sind, in drei Monaten wieder. Mit diesem Geld, was eigentlich noch nicht verdient ist, aber kann ich dann wieder weitere Investitionen decken und damit wieder an die Märkte gehen. Und über diesen Hebelmechanismus ist es möglich geworden, dass heute ungeheuer viel mehr Geld investiert wird, als eigentlich richtig vorhanden ist. Das heißt, die Schulden haben ein riesiges Ausmaß angenommen. Und um die Zinsen für diese Schulden zu bezahlen, alleine nur die Zinsen, muss die Wirtschaft ständig wachsen. Und die großen Banken und die Hedgefonds und so haben vor nichts mehr Angst, als dass die Wirtschaft kein Wachstum aufwächst. Deswegen ist das auch immer so wichtig, wenn der IWF irgendeinen Bericht rausgibt und davor warnt, dass das Wachstum nicht mehr groß genug ist. Also um alleine das System so am Laufen zu halten, ist ein Wachstum von zwei bis drei Prozent unbedingt notwendig. Weil wenn das Wachstum geringer ist als das, dann können die Zinsen nicht bedient werden. Dann fangen die ersten Zusammenbrüche ein und das kann eine Kettenreaktion hervorrufen. Jetzt liegt uns allen vor allen Dingen eine Frage ganz besonders auf dem Herzen. Wie stehen unsere Chancen für die Zukunft? Den Dritten Weltkrieg, den haben wir bereits. Es brennt bereits an allen Ecken und Enden. Aber er ist zumindest noch nicht nuklear. Wenn das geschieht, dann war es das. Dann ist das intelligenteste Leben auf diesem Planeten der Einzeller. Definitiv. Wie sehen Sie unsere Zukunftschancen denn? Ja, ich glaube, dass es wirklich im Moment eine ganz problematische Situation ist. Aber es gibt auch ein paar positive Entwicklungen. Also es gibt die Entwicklung, dass die IT-Branche ja unglaublich explodiert ist und dass es heute die sozialen Netzwerke gibt. Und über die sozialen Netzwerke ist es ja möglich, heute politische Perspektiven und politische Ideen sehr schnell zu verbreiten. Also wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, dass sich politische Bewegungen sehr schnell entwickeln können, aber auch sehr schnell wieder verschwinden können. Also Sirica ist auch sehr schnell an die Macht gekommen. wird auch demnächst wieder verschwinden. Occupy ist sehr schnell hochgekommen, ist auch wieder verschwunden, ist in den Mainstream integriert worden. Aber es ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass irgendeine politische Bewegung sich etablieren wird und schnell Anhänger finden wird und dann das System tatsächlich auf den Kopf stellen oder zumindest die Grundlagen des Systems verändern wird. Und ich sage, die Grundlagen des Systems zu verändern bedeutet, die Macht der Finanzwirtschaft muss gebrochen werden. Das heißt, die Banken müssen nationalisiert werden. Es ist ganz wichtig, dass das Finanzgeschäft erledigt wird. Das heißt, Derivate müssen verboten werden und zwar weltweit. Das ist das große Problem, in dem die Welt im Moment steckt. Das große Problem ist, dass es keine wirklichen tragfähigen nationalen Lösungen mehr gibt. Das heißt, wenn ein Land seine Banken in die Schranken weist, werden alle anderen Länder drumherum diesen Banken neue Möglichkeiten bieten. Und um also wirklich die Banken in die Schranken zu weisen und die Hedgefonds und der großen Finanzelite wirklich Paroli zu bieten, muss das Finanzsystem insgesamt weltweit verändert werden. Es müssen die Derivate verboten werden. Die Banken müssen auf ihr Kerngeschäft wieder reduziert werden. Das heißt, sie dürfen nur Geld verleihen. Und dann muss man ein Mittel finden, dass die Banken nicht wieder diese Reichtümer erlangen, wie in der Vergangenheit. Es muss irgendwie eine Regelung eingeführt werden, dass ab einer gewissen Summe die Gewinne der Banken dann sozialen Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden. Das ist die einzige Möglichkeit, die die Menschheit auf lange Frist gesehen hat. Aber auf kurze Frist gesehen sehe ich schon, dass ganz, ganz große Gefahren da sind. Also ich habe auch große Angst um meine Enkelkinder. Ja, was ich sagen wollte, die Banken selber, die haben sich schon einmal deregulieren lassen. Die waren früher sehr gut reguliert. Das ist alles in sauberen Bahnen gelaufen. Dann haben sie es geschafft, diese Regularien abzuwerfen, abzustreifen. Das kann genauso gut nochmal passieren. Also wäre es nicht vielleicht am klügsten, wenn man Banken generell abschafft und einfach sagt, wir brauchen eine Staatsbank, also in unserem Fall die Bundesbank, und das reicht. Wir brauchen weder Deutsche Bank, noch Sparkasse, noch Commerzbank, noch diesen ganzen anderen Suld. Sie können alle weg. Wir brauchen im Grunde nur ein Institut, das in staatlicher Aufsicht ist und den gesamten Zahlungsverkehr für seinen Staat regelt. Das setzt eben voraus, dass der Staat selber in den Händen der Mehrheit der Bevölkerung ist. Das ist natürlich das Entscheidende dabei. Also im Moment ist es so, dass die Regierungen alle nur an der Macht sind, also die Regierungen, die an der Macht sind, alles nichts anderes als ausführende Organe des Finanzkapitals sind. Das ist das große Problem. Also die Lösung, die Sie jetzt vorschlagen, wäre mehr oder weniger eine sozialistische Lösung und würde voraussetzen, dass das Volk sich in der Mehrheit tatsächlich an der Macht befindet. Und es ist ja gut möglich, dass es zu so einer Bewegung kommt, weil der Sozialismus ist ja schwer diskreditiert worden in den vergangenen Jahrzehnten und vor allem auch durch die Entwicklung in den 20er und 30er Jahren, als damals Russland degeneriert ist und die ganze kommunistische Bewegung degeneriert ist, weil sie mal angetreten war also für die Diktatur der Mehrheit des Volkes, also die Diktatur des Proletariats und dann für nichts anderes eingetreten ist als die Diktatur der Partei. Aber vielleicht kommt es ja zu so einer Entwicklung, dass es eine neue sozialistische Bewegung gibt, die anders ist als die in der Vergangenheit. Und vielleicht ist das eine Bewegung, die dann tatsächlich über die sozialen Netzwerke ganz schnell ganz viele Anhänger finden wird. Also ich bin sehr, sehr optimistisch, dass es ganz große Veränderungen auch im politischen Bereich geben wird. Woran letztlich auch Leute wie Sie und wir beteiligt sind. Deswegen, wir kommen zwar zum Ende des Interviews, aber ich würde Ihnen gerne, so wie es bei uns usw. ist, noch ein Schlusswort einräumen. Vielleicht habe ich irgendwas nicht gefragt. Vielleicht gibt es etwas, was Sie gerne noch loswerden würden. Nein, ich denke einfach nur, dass jeder sich bewusst sein muss im Moment, dass wir in einer wirklich dramatischen und gefährlichen Zeit leben. Und dass es die Aufgabe jedes Einzelnen ist, sich so gut wie möglich zu informieren. Und vor allem immer wieder hinter die Lügen der Mainstream-Medien zu sehen. Wie die Mainstream-Medien die Leute belügen, das haben wir gerade in den letzten 24 Stunden in Griechenland erlebt, wo die Mainstream-Medien immer behauptet haben, dass sie die Volksabstimmung mit einem sehr engen Ergebnis enden würde, obwohl das überhaupt nicht der Fall war. Also die Mainstream-Medien dienen nur dazu, die Leute zu verwirren und von den wirklichen Problemen abzulenken. Das wirkliche Problem in unserer Welt, das wirkliche Problem ist die Herrschaft des einen Promille über die 99,9 Prozent. Und das muss beendet werden. Die Diktatur des Finanzkapitals muss weltweit beendet werden. Sonst hat die Menschheit keine Zukunft. Herr Wolf, ich danke Ihnen für dieses Interview. Vielen Dank.